Am 24. November 2012 stand im Foyer der Raphael's Klinik das jährliche Informationsforum des Zentrums für Endoprothetik und Gelenkchirurgie statt. Schwerpunkt war diesmal das breite Spektrum von Erkrankungen des Schulter- und Ellenbogengelenks. Dieses gehört zu den kompliziertesten Gelenken des menschlichen Körpers. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Journalistin und Leiterin der Freiwilligen Agentur Münster, Martina Kreimann. Mehr als 30 Fachleute haben in sieben Gesprächsrunden über die Funktion der Gelenke, mögliche Verletzungen, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, den künstlichen Gelenkersatz und das Leben nach einem Eingriff berichtet. Neben zahlreichen Fachleuten der Raphael's Klinik kamen auch niedergelassene Ärzte, Therapeuten, Sportler und Betroffene zu Wort. An zahlreichen Ständen konnten sich die Besucher während der Pausen über medizinische Hilfsmittel sowie die Angebote von Krankenkassen und Selbsthilfegruppen informieren. Das Team der Klinikküche überraschte mit leckerem und gesundem Essen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Dandys, die sich seit Jahren für den Gedanken der Organtransplantation engagieren. Untertitelung des ZDF, 2020 zombier